Halli, hallo, hallöchen, meine lieben Freunde und heute darf ich wieder und herzlich willkommen zurück zu WWE2K16, unserem kleinen King of the Ring Turnier. Ich bin der Onkel und wieder mein Gegner ist der Rewano. Ja, hallöchen. Ja, und wie ihr seht, links bin ich, ihr seht Rewanos Gegner und mein Gegner wird sein der Ryback. Ui, geil. Ja, und bevor wir es gleich sagen, es geht natürlich in der dritte Runde. Ja, und dritte Runde hieß, ich habe, falls ihr den letzten Partner nicht gesehen habt, ich habe am Schluss, dritte Runde heißt, ich durfte jetzt einen Wrestler wieder dazu holen von den Verlorenen. Das werde ich jetzt aber an der Stelle sagen, falls ihr jetzt das Match, also ich werde euch nicht das Ergebnis sagen vom Match Ende, sondern ich werde euch sagen, wenn ich gewählt habe, weil das ja, falls ihr das in der Match nicht interessiert habt oder so. Ich habe Randy Orton wieder geholt und der ist jetzt wieder bei mir in meiner Liste und ja, wird dann im sechsten Kampf kommen und jetzt wird halt die Zahl wieder von vorne angefangen, jetzt wird wieder von vorne angefangen zu zählen, wie wir verlieren. Oh ja, und Ryback ist eigentlich total cool, ich hoffe, ich verliere ihn nicht. Und nach der vierten Runde wird dann wieder ein Wrestler gewählt. So, dein Gegner wird sein? Wer ist mein Gegner? Baron Corbin. Okay, also kleiner, dünner gegen dicken, muskulösen. Kleiner, dünner, alter Schwede. Na ja, der ist da dick ist der nicht. Der ist ein Riese. Er ist halt ein langer, dünner. Aber im Gegensatz zu mir, der kann mit meiner Jacke, kann er sich dreimal einwickeln von Ryback. Locker. Aber größer bist du ja. Na gut, wir drücken mal X. Oh, du kannst sogar Kräfte messen, okay. Ja, dann ist er ja wohl. Bam! Boah, der Ryback sieht doch schon so aus wie ein Tier, du. Okay, dann schauen wir mal, was passiert. Oh. Oh, schön. Oh. Und nochmal. Bam! Ui, 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 okay. In grün heute, der Ryback. Ich kann leider nichts machen gerade. Ich muss mir hier zugucken, wie ich hier verschwartet werde. Ui, ui, ui. Hier bin ich. War ja schon gar nicht mal so schlecht gedacht. Ach, ich hab einen Drückenkopf am Rücken und ich dachte, was hab ich wieder. Wow. Ui, ui, schmerzen. Schmerzen. Will dich kaputt machen. Oh. Ich hab gesagt, liegen bleiben. Scheiße. It's time for Ryback. It's time for Ryback. Was war das denn jetzt? Zeit für Ryback. Das war jetzt sehr merkwürdig. Aber okay, kein Problem. Ach, ich hab doch gedrückt. Hast du mal viel Kacke ge... Was? Ja. Hast du mal viel Kacke gebaut? Ja, eigentlich schon, ja. Aber irgendwie... Oh, ne, Ryback ist so meine Glücksträhne, die ich hier habe in dem Game. Oh, sag besser nix Falsches hier. Oh, scheiße. Hm. Hm. Hallo. Boah, das sind ja echt Moves hier. Wir haben hier eine halbe Stunde. Ja. Komm, geh hoch. Ja. Big Super Power Bomb. Irgendwas. Spern-Buster. Ach, scheiße. jetzt meiner meiner schon wieder müde ja er hebt den dicken weibach hoch na klar ich auch machen dicke weibach ja mit zwei fingern ist das ehrlich scheiße du bist immer noch grün das gefällt mir überhaupt nicht ach wieso man langer fuß ich glaubt hat nicht kann ich gar nichts machen die freunde das war gar nicht so schlecht hast irgendwas gemacht ich hab dir eine reingeschutet er wirft mich einfach hin und her mein herz Juhu. Ich hab schon Schiss gehabt gerade. It's too strong. Äh, scheiße. Ach man, ich hab das scheiß S vergessen. Ja. Ich muss dabei laufen. Soll man tun. Du hast dich ziemlich schnell erholt. Uah. Äh, geil. Pschi. Ich sag nix, sag nix. Ja, Waibeck, das war für dich, glaube ich, das war, glaube ich, alles, was geht, oder? Ach, Mann, ey. Oh, hallo. Was ein geiles Comeback, ohne Witz. Pio. Ja, oh, oh. Pidomir, so ich, dir. Ah, shit. Gott sei Dank. Du hast aber, siehst du, Baron Corbin ganz schön unterstützt, mein Film. Der Corbin, ja. Der alte Corbin. Was ist der Dürer? Boah, Gott sei Dank. Kabäm hat's gemacht. Oh, bitte, 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 bitte. Einmal Glück, bitte, einmal Glück. Bitte einmal Glück, bitte einmal Glück, bitte einmal Glück. Ja, Waibeck, Bomb. Und er stampft, und er stampft. Und der Ram. Bam. Und jetzt möchte ich gerne einen Pin sehen. One. Two. Nein. Ja. Ja, Waibeck. Ja. Ich sag ja, Waibeck ist mein Glücksbringer. Wah, hab ich dich weggebämmt. Boah, ich kam richtig in die Spitzen, ey. Ah, da, ich hab Angst gehabt um den. Warum grad der eklige Sack der Glücksbringer? Haha. Nee, nee, der Waibeck bricht durch, du. Er wird die harte dritte Runde überstanden. Waibeck, Waibeck. Puh. Sehr gut. Sehr, sehr nice. Ich hör im Hintergrund, das Publikum jubelt. Du warst dran, Onkelchen. Nee. War ich dran? Ja, ja, du warst dran. Ja, red doch mal ein bisschen. Ich muss ein bisschen was eintragen, Junge. Ach so, ja. Ich habe den Baron Corbin durch den Boden gestampft. Am Anfang sah es schon gut aus für mich und am Ende auch. Ja. Nee, Quatsch. Ja, geht weiter. Nee, ich wollte nur sagen, dass ich echt gedacht hab, scheiße, jetzt kriegst du mich. Aber Glück gehabt. So, jetzt bist du dran. Ich hab auch den Pin total verkackt. Aber naja. Okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder beim nächsten Match. Bis dahin. Ciao. Tschüss. Tschüss.